Ich bin wieder da und wir sind immer noch hier. Hm, du stehst hier sehr gut, das gefällt mir. Nein! Oh, was macht er denn? Batman! Was soll das denn? Mann! Habt ihr ihn schon gefunden? Kommt schon! Er lässt euch alle schlecht aussehen! Was ist hier los? Kann man den Kopf über ausschalten? Kann ich das gar nicht? Kann man schauen. Winkick! Aha, von oben zu packen. Kann ich das? Nein, das kann ich nicht. Aha, okay. Wo ist der andere? Da guckt er mich an. Du gehörst mir! Ich finde dich und bring dich um! Okay, der ist da ganz hin. Wohl der hinter mir ist. Kommt schon! Das ist nur ein Verrückter wie ihr! Ich meine, habt ihr gesehen, was er hat, oder? Ja, was ich an habe, ist stylische Fledermaus-Kostüm. Ich bin noch ein hässlicher hier unten. Ich will mal hoffen. Äh, geh mal. Gehen wir mal ein bisschen rüber. Na? Na, du hässliches Gesicht. Wo zum Teufel ist der? Da, wo du nicht bist, du hässliches Gesicht. Komm, mach mal ein bisschen irgendwo hin, wo man dich besser vermöbeln kann. Deine Freunde habe ich alle schon. Er kommt jetzt hoch. So. Kopf. Kopf gehauen. Das vorher mit vorhin rumrennen. Oh Gott, jetzt schreibt mir jemand den Steam. Dann gehen wir mal hoch, wenn die Herren kommen. Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus! Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los! Mann. Oh ja. Okay, das sind... Sollen mich ja nicht sehen, die hässlichen Köpfe. Okay, ich habe das Falsche verbessert. Also den Quick Battery. Aber ich kann die nicht kopfüber ausschalten. Ich darf zu wenig Punkte haben. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Wer steht denn hier? Also du gehst zu deinem Freund hier hin, wie das aussieht. Du bist hier außen. Du gehst... Du gehst runter. Der ist nervös. Ja, aber er steht zu blöd. Der steht... Hm. Ich weiß nicht, ob... Seht der, der hier unten sieht mich zum Beispiel. Hm. Okay, jetzt ist das sowieso... nicht gut. Weil... der dreht ihm zwar den Rücken zu. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der... So. Wir müssen das jetzt ein bisschen planen. Hm. Ja. Okay. Okay. Sorry fürs Lecken. Er soll jetzt mal unter mir durchrennen. Lauf mal unter mir durch. Lauf! Was zwischen... So. Okay. Den haben wir. Dann hier hoch Batman. was die uns nicht sehen. Joker sagt ihnen jetzt... Wir waren heute morgen doch mehr, glaube ich. Oder nicht? Nein. Das glaube ich... Weil ich habe gedacht, der überwacht seine Jungs. Joker, 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 den enttäuscht mich. Hm. Hm. Noch die da hinten. Mit der runter gehen würde. Was sieht das jetzt im Allgemeinen aus? Der geht runter, der geht ins Haus. Wenn ich jetzt fliegen würde. Würde der mich sehen? Hm. So. Da ist der da hin. Jetzt haben wir da noch rein. Was macht denn der da hinten? Da soll schon wieder nach vorne gehen, der Hässliche. Okay. Okay. Komm. 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 Das war doch mal perfekt, meine Lieben. Und jetzt seht ihr auch, was mit einem passiert ist, Franky, dead end, ist das Joker Gas, das sie mitten in den Mund gespritzt haben. Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Ja, ich bin es, Edward Nygma, der Riddler. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu kommen. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und... Naja, du bist ein Genie. Ja, ich mag Edward. Bereit für die Erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Portrait. Das ist jetzt ein echt einfaches Rätsel. Du hast es also geschafft. Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Ich versuche mich immer fertig zu machen. Yo, Vaintag. Ich will dieses Kopf über ausschalten. Dich reicht's da nicht mehr. Okay. Ich bin hier drüben, Batman! Yo! Ich komme, Batman! Und... Oui, ich bin da! Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja. Aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschau. Jo, aber er hat ein fetziges Auge. Okay. Ich passe auf Maria ab. Das war spät. Okay, dann gehen wir mal die Box in die Luft und zur Tür raus. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Stell dich beim herausfinden. Kann man die irgendwie nochmal lesen? Die Riddler-Sachen. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Stell dich beim herausfinden auf etwas ein. Stell dich beim herausfinden auf etwas ein. Ein, ein, okay. Ja, also der Riddler, du weißt nichts über Gotham, Jack. Das ist die Rede von Jack Ryder, so viel ich weiß. Der dann später, der Creeper wäre. Hat jetzt nichts mit Minecraft zu tun oder so. Du weißt nichts über Gotham. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Okay. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor zwei Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herren. Oh, wartet. Ich hab das ausgeladen. Hier ist Joker. Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn hier irgendwelche Gesetzeshüter, Wacht oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Alles ist möglich! Der Zugang zur Insel ist beschränkt worden. Der Luftraum ist abgeriegelt und erste Berichte liegen nahe, dass Batman selbst auf der Insel gefangen ist. Wir sind gleich wieder da und berichten live über alle Entwicklungen. Zurück ins Studio. Das muss doch das Radio sein. Das ist es nicht. Das Radio meint der Riddler nicht, aber ist doch das Einzige? Wird nicht zu eingebildet, Dunkler Ritter. Von jetzt an... Eben wie gesagt, Jack Rider wird dann später zum Creeper. Also Joker hat ihn mit Gas vollgepumpt und schmeißt ihn in den gleichen Bottich-Voller-Säure wie er. Und dadurch verwandelt er sich in den Creeper, der auch dauergrenzt sich in Harley verliebt und auch seine Späße macht, aber viel mehr Muskeln hat aus der Joker und auch ein bisschen durchdreht. Ja, Riddler, du denkst, du bist Mia intellektuell überlegen? Mit so einfachen kleinen Rätseln hast du mich gar nichts zu sagen, deiner Mann. Häufels legen? Irgendjemand hat mir noch was ins Team geschrieben. Das sehe ich natürlich. Sicher mein Kollege, der heute noch im Zug gesa... Also im Zug, sagt man, in der Schweiz. Ja, mache ich bis zum nächsten Speicherpunkt. Spiel mal noch weiter. Peps! Auf hier. Und raus. Frische Luft. Und ist das nicht ein schöner Ausblick? Ist das nicht schön? Ah, das ist schön. Ah, da hinten sieht man Wayne Peck. Der ganz große, das ganz große W. Hat mir da Edward auch wieder ein Rätsel? Komm Edward, ich kann doch auf dich zählen, oder? Der Tunnel ist verschlossen. Keiner kann rein oder raus. Alles cool. Nichts ist cool. Joker ist unberechenbar. Seien Sie wachsam. Ja? Glaubst du, er kommt da lang? Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergarten jetzt hier, der die kirale Partiebefehle ausführt, sollte da hingehen und alles... Batman, du bist rausgekommen. Was passiert da hinten? Wir wurden hierher geschickt und dann gegen die Funkgeräte nicht mehr. Sie spielen immer wieder dieses verdammte Lied. Joker hat die Kontrolle über die Insel. Er hat euch hierher geschickt. Wie ist er rausgekommen? Ich meine, du bist hier und... Ein Wächter der Anstalt von Arkham namens Frank Bowles hat euch alle betrogen. Er hat Joker bei der Flucht geholfen und wurde von ihm getötet, als er ihn nicht mehr brauchte. Das nennt ich Loyalität. Brauchst du Hilfe? Nein, du und deine Männer sind hier sicherer. Falls ich was brauche, finde ich euch. Wie, Batman. Batman, Batman. Kann ich hier schon rein? Bin ich auf dem Dach, der Eingang? Hm, das ist es nicht. Da brauche ich wahrscheinlich nicht diesen Sequenz, hm? Brauche ich? Da muss ich mal gucken, wo ich überhaupt hinwäge. Die sind ja alle mit... Wie? Batmobil. Sensor und Alarm. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich hab den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich hab dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos hab ich markiert. Danke, Oracle. Danke, Barbara. Okay. Okay. Find ich gut. Dann gehen wir dorthin. So, Jungs. Geht hier ab. Reden Sie mit mir, jünger Mann. Ich kann nicht glauben, dass Sie Jackson-Kilter haben. Ja, ich auch nicht. Michael Jackson, die Arschkass. Bleiben Sie bei Ihren Kollegen. Ich mach denen ein Ende. Jetzt. Jetzt hat sich das ausge... Seht, die haben Waffen. Ich geh einfach oben drüber, falls es dann... Jetzt. Die wissen, dass ich da bin. So, den Peps. Okay. Dukt halten, dass der Hässige mich nicht aussieht. Und noch ein dritt in den Arsch. So, gehen beide schlafen und haben Spaß. Geh schön ins Bettchen. Kleine. Da. Na ja, die nicht. Denn Batman bringt ja nie Leute. Okay. Wir sind gefahren und aus dem Weg gekommen. Können wir mal gucken. Twiddle Dee and Twiddle Dumms. Okay. Ich muss nochmal riddle. Sorry, riddler. Ich brauch nochmal ein Gehze. Mal seh ich es. Mal du nicht. Seh' mir der Wahrheit ins Auge. An der Wand sind zwei identische Stellen. Twiddle Dee und Twiddle Dumms sahen es. Kannst du es sehen? Twiddle Dee and Twiddle Dumms sahen es. Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Genau so ist es, Jungs und Mädels. Twiddle Dee and Twiddle Dumms sahen es. Ein gutes Rätsel, Edward. Ich muss sagen, ich bin... Ein bisschen Twiddle Dee and Twiddle Dumms sahen es. Ist das eine Straße, was er meint? Nein. Nicht das Objekt. Mal seh ich es, mal seh ich es nicht. Natürlich ist was hier oben, was ich sehen könnte, was die beiden Zwillinge sehen würden. Mega-Lag, sorry. Twiddle Dee and Twiddle Dumms sahen es. Was konnten die denn sehen? Das ist es sicher nicht. Ähm. Twiddle Dee and Twiddle Dumms sahen es. Warte mal, ne echter Freel. Ja, ich wäre doch offen. Wird ihn zum Boden und passen auf seine Gesichterung. Nicht zu schreiten da. Ich mach dich hasse ich. Bäh. Warte ein Kick in die Presse. Fan. So. Und der, der mich einfach geschlagen hat. Was brauche ich denn? Das Explosivgel kann man immer gebrauchen. Ich nehm schon viel zu lange auf. Ja. Ich brauche, ich muss, ich weiß nicht, ob er hier schon, ob er hier speichert. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Badmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Naja, ich muss hier den Schnitt machen und wir sehen uns im nächsten Part.